Ja, Jonas Hildebrandt, Winterrott Pele Wolffsprecherin zu hören, der von der Tribüne aus grüßt. Ihr habt auf dem Platz alles gegeben, verdient 2-0 gewonnen und aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Wie ist es als Kapitän, eine Aufstiegsmannschaft zu führen? Ja, also ich glaube, die ganze Saison über hat das gezeigt, was wir für eine Band sind. Mit dem Rückschlag letztes Jahr, die Rückschläge bis zum Winter und dann so zurückzukommen, auch die Spiele, wo du gefühlt eigentlich schon raus warst. Letztes Beispiel, logischerweise Luktenwalde. Das zeigt, dass wir es verdient haben, dass wir alles dafür reingehauen haben, um uns diesen Moment hier heute zu ermöglichen. Der Moment sind 8.000 Kopfbosser in Berlin hier im Stadion. Ihr habt ein Auswärtsspiel zum Heimspiel gemacht und euch verdient gekrönt, oder? Ja, das ist geisteskrank. Also, was die Leute hier abreißen, ich weiß nicht, ob es das jemals gegeben hat in irgendeiner anderen Liga, in irgendeinem anderen Land, dass auswärts so viele Leute mitfahren. Und das zeigt, dass es der perfekte Moment heute ist, das endlich geschafft zu haben. Freust du dich auf die dritte Liga mit Energie? Ja. Sonst hätten wir es nicht machen müssen. Und nächste Woche Pokalsieg? Heute feiern. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.